Wir haben gehört, ein Muttergottes kam zu Maria und sprach zu ihr, fürchte ich mich und siehe, sie brachte den Stall bei den Tieren in Meilen zur Welt. Wir haben gehört, ein Muttergottes sprach zu den Hirten auf freiem Feld. Fürchte euch nicht und siehe, sie kamen, verließen die Erde und fanden das Kind. Wir haben gehört, ein Muttergottes sprach zu den Frauenfamilien, und siehe, sie glaubten und sagten es weiter, der Tod war erliebt. Untertitelung des ZDF, 2020